Willkommen zurück bei Let's Play Okamiden! Oh Gott ey, ich hab jetzt gestern, also es ist ein Tag weiter, hab ich ja den Bosskampf gemacht. Oh Gott, was ist das denn? Wow wow, I'm really craving some adventure. Wow wow, I've already done everything to do here. Wow wow, know any cool places for me to check out? Na sicher, ja kuschi! Aber hallo. Wow wow, sounds like the place for me. Wow wow, thanks, can't wait to have a new adventure. Wir müssten Waldorf wieder die Glücksanzeige voll haben. Also genug Glücksorbs gesammelt. He sure left in a hurry. Did you talk about something? Ach ja, jetzt haben wir wieder unsere kleine Karu da. Ach ja, das mag ich irgendwie, auch wenn Kodo mir trotzdem irgendwie fehlt. Kodo war auch toll. Auch wenn er einen Weiber hält. Und noch so vieles anderes. Er meinte ja, er will mal kurz zum Grab gehen. Ich laufe da mal ganz kurz hoch und möchte mal schauen, ob er jetzt gerade da ist vielleicht. Oder ob er schon weggegangen ist. Ich weiß ja nicht. Das war gerade seltsam. Ich habe gerade irgendeine Taste gedrückt, mit der ich kurzzeitig meinen Emulator im Grunde auf Pause gestellt habe. Ach, ich glaube tatsächlich, die sind da glaube ich... Ja. Hi Kodo. Warum fragt mich niemand um Hilfe? Ich meine, Chibi ist eine Gottheit, äh, Restaurationstechnik und so. Ach, ich dachte gerade schon echt, ich laufe da gleich in die Rolle rein. Aber hu. Doch nicht. Ja, dann gehen wir jetzt mal nach Sean, würde ich sagen. Und nach Yakushi. Und wir haben wieder so viel zu tun. Am Zeitquest, bestimmt. Wie immer. Nachdem man irgendwo bei sowas fertig geworden ist. So, Pooch. Miku Show taught me how to move over great distance while I was in training. If I use that skill, we can use Origin Mirrors to take us wherever we want. Ja. Woohoo. Ich liebe diese Technik. Oh, das ist toll. However, I can't use this power in an area that's contaminated by evil. So this power only works on mirrors with an X on them. I've channeled some of this power into a charm for you. That way you can still use it, even if I'm not around. Now that you have the charm, should try out the power. Okay, Pooch. Give it a whirl. Ja, wir können das jetzt anwenden. Okay. Kagus Charm obtained. Charm that allows you to teleport. Schauen, wie das jetzt geht. Ah. Das ist praktisch. Oh, wir können jetzt auch ins Schinschuhfeld. Thundercloud. Also wir können zur Donnerwolke. Die, das ist die, das ist die, da sind wir gerade. Das ist das, ah, das ist das, äh, Adelsviertel. Das ist das Normale. Das ist das Spielhaus. Südliche, Agatha-Wald, Yakushi, Schinschuhfeld, Kamike. Ähm, ich, genau, wollte zum anderen, aber, ähm, ich bin in Sean, da wollte ich hin. Das war's auch schon. Ähm. Dann bin ich jetzt eben hier und lauf raus. Obwohl ich auch noch mal mit den Leuten hier drin reden konnte, irgendwann mal. Fällt mir gerade so ein. Pooch! Let's go see how everyone is doing now that King Fury's curse is broken. Oh yeah, we also need to go pick up herbs from Dr. Bluebird. Ähm, wir sprechen einfach mal daran. I can move again. I thought I was gonna die. Phew, that was close. Ja, das war's in der Tat. Ähm. Da ist auch noch jemand. Äh, sprechen wir mehr so. Tell me, you've heard about the ruins they found. That inventor Guy again is helping them with excavation. He's got this mission that makes digging, äh, chinch. I heard he's even got the Sundergods to power it for him. I wonder if it's true that they wear tiger skins as clothes. Well, even if they do, you'll never catch me in anything as gaudy as Tiger Strips. Ach. Tiger Streifen sind doch ganz nett. I can move again. I thought I was gonna die. Phew, that was close. Warte mal, hab ich mit dir gerade schon gesprochen? Anscheinend hat er sich gerade hier spontan hinbewegt, ohne dass ich es wirklich wahrgenommen hätte. Um die hab ich noch nicht geredet. This is just a rumor, mind you. I've heard Samiko in training might ascend to the throne. If that happens, then the Tau-Troopers will come back too. Don't tell anyone I told you, okay? Whisper, I think he's talking about me. Der Thron? Du sollst den Thron besteigen? Warum erzählst du mir sowas nicht? Aber ist sie da, finde ich, noch ein bisschen klein, Cargo, momentan? Also momentan ist sie wirklich viel zu klein dafür, weil, ähm... Sie als... Sie als Herrscherin kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Ich geh jetzt erstmal zum... ins Haus von Dr. Bluebird. Beard. Ist er auch zu Hause? Ja. Das ist gut. Dann können wir vielleicht, vielleicht können wir Ayame retten. Herbs obtain. Dr. Bluebeard's special herbs. Thank you. Time to go to see that Dr. Redbeard. Das werden wir aber allerdings bald machen, nachdem ich hier in Sean City fertig bin. Ich laufe jetzt erstmal einfach ein bisschen durch die Gegend. Let's make tracks for Yakushi Village and Dr. Redbeard. Ja, ist ja gut. Machen wir ja gleich. Nicht so ungeduldig hier. So. Du wirst mir wahrscheinlich nichts Neues sagen. Die gibt's ja auch perfekt. Weil seine Bäume blühen ja seit ein paar Parts, ein paar mehr Parts. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, ey. Das ist schon irgendwie so lange her, seit ich die alle zum Leben erweckt hab. Ach ja. Dann könnte ich da noch hin. Gibt's ja sonst noch irgendwas, was ich unbedingt vergessen hab oder erledigen muss. Ah, warte. Ich könnte gleich noch, genau. Ich könnte gleich noch diese, äh, Journale abgeben. Genau. Die kann ich gleich abgeben. Aber erstmal laufe ich nochmal kurz hier hin. Spreche hier nochmal mit den Leuten. Da ist das kleine Mädchen. Everyone started getting better after those shadows left. I don't know why, but I'm just so relieved. Me too. Yippie. Ach ja. Kago ist schon irgendwie toll. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich, ob ich, ob ich das jetzt traurig, trotzdem traurig finde, dass Kodo weg ist, weil irgendwie war Kodo auch toll. Hmm. I'm so fresh out of ideas. What's wrong? Oh, I'm just trying to come up with new clothing designs. I have more than a few you could use. Pooch, I need your help. Oh no, Miss Kago, please don't trouble yourself. Why? You think my designs aren't good enough? It's not that. It's just that I had a big doggy help me once. Ah, Emi. His designs sold well, but I couldn't sell much when they ran out. I learned I can't rely on others to find success. So no matter how long it takes, I'm gonna think of my own fantabulous stuff. That's quite admirable. I can respect your work ethic. Also, wir dürfen ihm nicht helfen. Ja, das war im... In Okami gab's diesen Mann auch und er hatte da auch keine Ideen. Also, es ist nichts Neues. Und da hat man ihm dann halt mit Emi geholfen. Man hat dann ein Mädchen, die hatte ganz viele Ideen. Und ja, die hat die dann im Grunde weiter... Also, wir haben die dann im Grunde auf seine Sachen angewendet, drauf gemalt. Okagu, you look so cute in your little micro-robes. Maybe I'll get lucky and a demon will attack me. Then you come and rescue me. Ahem. Come on, Pooch. We're going. Yep. Das sehe ich auch so. Was möchtest du mir sagen? You know, I learned something after becoming a ghost. I learned that it's kind of boring to just hang about all the time. Problem is no one can see me, so I'm lacking in good conversation. I'll just have to be content with being the lightning ghost. The only fun I have is using my electricity powers. Well then, maybe you can find something useful to do with them. Also, ich kann da gerade nichts entdecken. Aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, die irgendwie zu nutzen. Ach ja, also das hätten wir auch alles geklärt. Ich gehe jetzt noch eben ins Theater rein, kurz. Ja, manchmal muss ich einfach einmal hier rumlaufen und mal ansprechen. Zahlt sich ja manchmal aus, wie man an der Ryoshima-Küste da gesehen hat. Pause, Pause. I'm sorry, I shouldn't have blown up like that. How can you leave our little girl alone to come waste time here every day? Honey, darling, I'm glad you're not fighting anymore. Hm, looks like they've made up. Seeing them happy like this makes me want to see my parents. Genau, die müssen wir nämlich auch noch suchen. Da, sind sie ja. Kagu, my daughter, do not worry about the theater. I will look after it. Even if you leave, you're still the star of the troop. Father. Amiko's duty is to help others, but I think you know that. I want you to know that I'm very proud of you. Don't push yourself. I'll be waiting here for you. Thank you, mother. Okay, dann. Wird das auch? Willst du mir noch was sagen? We're just about to start our next show. How have the crowds been? Wonderful. We've sold all the seats for the day. Okay, hier passiert nichts mehr. Es geht allen wieder gut. Das reicht. Mehr brauche ich nicht wissen. Ähm, gut. Ach ja, dann die Journale und in das eine Haus da wollte ich nochmal gehen. Oder das Mädchen vielleicht nochmal ansprechen. Das Kleine hier. Ja, ich spreche dich nochmal an. Hey, White Dango, I've given up trying to make you my retainer. Think you can find someone who'd fool follow me? Even a monkey or fiesent will do. Show me up of your cushy. Oh, you mean I can find a retainer there? This is great. Now I won't be alone anymore. See you later, Kagu. And you too, White Dango. Ich wusste doch. Mit dieses Mädchen. Ah, das ist, das ist, das bringt es irgendwann nochmal. Geht doch. Ha. Triumph. You're always ready to help those who need it. Maybe we can check up on him later to see how he's doing. Him? War das ein Junge? Äh. Egal. Wie auch immer. Ich weiß von nix. Ich hab auch nix gesagt. Ähm. Ja. So. Weiter geht's. Hey, do you know what's most important when cooking? It's your state of mind. You have to believe your food is tasty and needs to be eaten. It's not all skills and ingredients. Got that? Wow, Yamai, you sound just like a pro. Ja, irgendwie war das nichts Neues. So, jetzt will ich es aber noch eben schaffen, die Journale abzugeben, jetzt in diesem Part. Zwei Minuten. Two minutes to go. Ach ja, die Brücke ist so lang, ne? Oder? Ja. Okay, laufen wir mal. Los, schneller, schneller. Ich werd mal schauen, wann ich jetzt nach Yakushi gehe. Vielleicht kann ich mir ja jetzt auch endlich das Adelsviertel mal angucken. Das wär natürlich auch schön. Mal schauen. Auf jeden Fall. Ach, wer von euch war das jetzt, der mir die Aufgabe gegeben hat? You found our journals. Now we have the entire setback. All our work is here. I honestly thought we would have to start over from scratch. I can't thank you enough. Happy to help. Ha, sehr schön. Auf Ani gleich den richtigen angesprochen. Und? Yes! Ha, voll. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das leuchtet so richtig. Jetzt kriegen wir wieder eine Sonnenenergie. Ich steig da nicht durch. Solar Unit Edit. Ich steig da wirklich nicht durch. Egal. It's a miracle. All our people who were trapped in the ruins made it out alive. Too bad we can't go back though. I was kind of worried there for a second myself. So I'm really relieved that everything turned out okay. Und du? Our team leader in Gen made it out of the ruins alive. Unfortunately we can't go back to finish our research. I had hoped to find something that would be useful to society. You know what I think? Losers never prosper. Keep at it. Gut. Damit beende ich diesen Part dann mal. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich schätze, ich werde mal versuchen ins Adelsviertel zu gehen. Adios! Let's... ... Vielen Dank.